Habe der Ehre meine Freunde Sommer, wir machen heute Zupfbrot mit Käse und ein bisschen Salami und ein paar Kräutern und da zum Schluss gibt es ein Rezept, viel Spaß beim anschauen und Peace meine Freunde. Für unsere Zutaten brauchen wir Bärkäse, das sind Gewitterkäse, Salami mit Pfeffer außenrum, Butter, Dinkelweck sind es und Thymian. Musik Amen. 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 Ergebnis. Geil, oder? Ein Traum. Ich habe es noch nicht probiert. Aber schaut zu, geil war es super. Viel Spaß beim Nachkochen, jetzt kommt das Rezept und bis meine Freunde.